Piu-Piu! Ich bin mit meiner Freundin Januar zusammengekommen und das kommt mir auch erst vor, als wäre das höchstens im Monat her. Ja, wir haben jetzt Juni, das sind jetzt bald 6 Monate. Die Zeit geht verdammt schnell rum, deswegen entschuldige ich mich dafür, dass keine Videos kommen für die Leute, die das wirklich interessiert, wenn ich Videos mache, die das wirklich sehen möchten. Ich habe mein Setup umgestellt, ich habe jetzt das Mikrofon, das hängt jetzt hinter meinem Tisch, das hängt jetzt hier vorne. Ich habe in OBS eine Noise Gate reinbekommen, sodass ich das Rauschen nicht im Nachhinein bearbeiten muss und das Rauschen hört sich jetzt... Also auf jeden Fall ist da jetzt gar kein Rauschen mehr drin, das ist auch genial. So, ich wusste überhaupt nicht, dass es geht, das habe ich mir erst von einem Kollegen sagen lassen. Es kamen so wenig Videos, weil ich musste arbeiten, ich muss zu einer Maßnahme des Jobcenters beziehungsweise außerhalb so. Und ich habe halt sehr wenig Zeit, dadurch, dass ich arbeiten muss, dadurch, dass ich noch zu dieser Maßnahme muss. Und wenn ich dann mal ein Wochenende frei habe, ist es logisch, dass ich das dann mit meiner Freundin verbringen möchte, beziehungsweise mit Freunden etwas unternehmen möchte. Das ist halt so die Zeit, konnte ich in letzter Zeit sehr wenig tun. Und deswegen kamen keine Videos. Was kommt jetzt? Was wird jetzt geschehen? Ich habe keine Ahnung, was ich für Videos machen soll. Ich kann natürlich jetzt einfach weiter Illuminati Confirmed machen, was ich gesagt habe, kommt ja immer zwischendurch wieder. Und ich habe mir auch schon zwei, drei YouTuber wieder rausgesucht, die ich machen kann, aber darauf habe ich im Moment auch nicht so Lust. Ich habe eigentlich Lust, ein bisschen rumzuflexen, so ein bisschen einfach Bullshit zu machen. Die Frage ist nur, was? Hm, keine Ahnung. Ich muss mir noch was einfallen lassen, aber wie gesagt, das hier ist jetzt einfach mal so ein Lebenszeichen, damit ihr wisst, dass es wirklich überhaupt noch gibt. Meine Webcam geht auch langsam hinüber. Das sieht man manchmal. Manchmal hat die so ein Flackern und so einen ganzen Kram. Ich hoffe, die hält jetzt noch ein bisschen, weil die war scheiße teuer, 80 Euro für eine HD Webcam, Alter. Das möchte ich nicht nochmal ausgeben. Ich möchte, dass sie jetzt noch ein bisschen hält. Es kamen in letzter Zeit keine Videos. Ich werde mich bemühen, jetzt wieder ein bisschen was rauszubringen. Ich werde überlegen, was ich machen kann. Ich habe es schon versucht, in Gaming Sessions einfach, wenn ich mit Kollegen gezockt habe, einfach auf Aufnahme gedrückt. Aber meistens passieren dann nicht so geile Dinge, die man jetzt wirklich lustig im Video verpacken könnte, sondern da passieren Dinge, die man nur versteht, weil das alles Insider sind und so ein ganzen Kram. Und dann haben wir da den Lachflash des Todes und kein Mensch versteht, warum. Und ich finde, das passt einfach nicht. Das kann ich nicht hochladen, wenn kein Mensch den Joke versteht. So, deswegen ist das ein bisschen kompliziert da. Ich versuche jetzt ein bisschen, wieder meine Spur reinzubekommen, wieder ein paar Videos zu machen. Ähm, ich müsste halt erstmal schauen, was. Also, ich fände Gaming schon echt cool, weil ich zocke ja, wie gesagt, gern, Alter. Das weiß ja jeder, der jetzt hier auf diesem Channel ist. Ich zocke richtig gern. Das Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, welche Spiele. Ich weiß es einfach nicht, weil mein PC packt auch nicht die neuesten Spiele, deswegen kann ich die auch nicht spielen. Äh, und die Spiele, die ich alle spiele, die sind zur Zeit einfach so langweilig, deswegen, ich zocke im Moment fast gar nichts mehr, außer ein paar Runden Counter-Strike. Und ein Kollege und ich haben neulich Minecraft-Server aufgemacht für uns und Kollegen und sowas und da machen wir im Moment ein bisschen Rumgeflexe und Rumspaß haben und so einen ganzen Scheiß. Wer ein Lebenszeichen von mir haben möchte außerhalb von YouTube, kann gern auf Twitter vorbeischauen, da poste ich so gut wie jeden Tag was. Das war's erst mal von mir. Macht euch gefasst, die Tage kommt auf jeden Fall ein Video. Also morgen, übermorgen. Auf jeden Fall kommt auch noch ein Video. Ich muss erstmal schauen, ob ich irgendwie was zum Aufnehmen finde. Wie die Cam so. Nur weil ich auf den Tisch hau. Jetzt hat sich der Fokus der Cam verstellt, das kann ich mal gucken. Ey, es geht. Jetzt bin ich wieder scharf. Auf jeden Fall Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Stay tuned und an alle, die jetzt noch da sind, nach dieser langen Zeit, wo ich schon wieder inaktiv war. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann auch weiter bei eurem Support zählen. Man sieht sich. Bis dann. Ich glaube, ich möchte euch auf jeden Fall voll sein. Vielen für các肚 working. Untertitelung des ZDF, 2020